Musik Bleibt am Lineros hängend Und eine Viertelstunde ist der Kephon Sassi Becapotea auf der klassischen Zehnerposition im offensiven Mittelfeld aufgestellt ist SESPENES mit dem Motto ab SESPENES 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 J traumatic in der Europa-League. Auf der Gegend steht der Fähre und eben auch am nächsten Donnerstag. Ich muss ja jetzt reden an's leere Tor vor sich. Und an der Wienz. Das ist im Jahr 2001. Das ist kein einziger von Erfolg. Nur eine Regie in 2013 Wieserbach. Wie im Krasipi-Stadion. Sieht sich auch ein Weiß und bemerkt. Wenn wir uns ins Spiel zu sehen, dass wir uns in den NDR verfolgen, dass wir uns in den NDR nicht verfolgen, dass wir uns in den NDR nicht verfolgen. Wir müssen uns im Jungs einleitern. Wir müssen uns in den NDR nicht verfolgen. Das ist ein Problem. Ich sollte uns in den NDR nicht verfolgen. Und voran, fest geht es. FZB mit Puffplatz. Da noch. Da noch eine Gapel. Der Ross profitiert davon, dass ich das ungehe verschätzt hat, zu kommen, und haben ja eine Beistung. So sollte ich etwa auch tatsächlich das Anschluss zu erzielen, und das Gold ist das FCB. Musik 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 Starke Fallverarbeitung von Arturkameraden hervorragend. Jeden Paulnitz, der Brust unternehmt. Stets absolut außer Frage. Hat Geiger keine. Und war. Der ist geil und war. Zerbet hat sich. Das erste Eklat von Leistungssteigerung seit dem Seitenwechsel. Das ist der Warromitsch. Eiffelabtitelmann in dieser Saison, Ostschweizer, Erstlinie schau los, das war dein Sieg, ja nicht mal die Türen, Jakobit, weshalb ihm so ist, Poserstubrechnung, Allgemein im Türen, Hier klar, dann ist das schon wieder der Viruslauf, Stemanovic, muss aufpassen, dass man aufs Kuss, wieder in der Rippen. Mal ein Geiger, wer Paul Meister dieses Erfolgs aufgefliegen in der letzten Saison. Und jetzt ist der mit den Gämpfer.